Grüß euch, mein neuer Single, die Trafik des BUFF und da gehöre ich auch, sind jetzt ein paar Tag draußen und ich habe von euch ein paar Fragen gekriegt und ein paar Reaktionen gekriegt und auf die ich euch ein bisschen eingehe in dem Video. Also viel Spaß, fangen wir gleich an mit der ersten Frage und die lautet Um was geht es in deinem neuerchen Lied? Ich check es nicht ganz und ich weiß nicht, wo das BUFF vorkommt aus seinem Titel. Ja, gute Frage, das ist nicht die einzige derartige Frage, die ich gekriegt habe von euch Um was geht es eigentlich in deinem Lied? Es geht um einen Menschen, der auf der Suche ist nach einem Ort, der sich wie daheim anfühlt. Weil da, wo er hergekommen ist, hat er sich nicht wie daheim angefühlt. Da, wo seine Freunde sind, ist nicht sein daheim. Er hat sich auf die Suche begeben und war schon an ganz vielen Orten und egal wo er war, er hat sich nie wie daheim angefühlt. Auch wenn es überall ganz okay war und auch wenn es überall fast gleich ausgeschaut hat. Es hat sich nie wie er zu Hause angefühlt und er ist immer weitergeheißt. Von einem Ort zum nächsten. Aber egal wo ich bin, ich habe schnell wieder genug. Nur nicht im Wirtshaus, da bleibe ich oft bis hin davor. Also sein Wirtshaus oder das Wirtshaus ist sozusagen ein bisschen sein einziges Daheim, das er ständig begleitet. Aber sonst ist er immer auf der Suche nach einem Ort, der wieder heim ist. Und das Schöne an dem Lied ist, er gibt nicht auf. Also er wird weiter preisen. Und er wird die Hoffnung nicht verlieren, dass er irgendwann einmal so einen Ort wie daheim finden wird. Und dass er dann nicht mehr einsam ist. Weil im Endeffekt ist der Charakter in dem Lied einsam. Und einfach auf der Suche nach einem Platz für sich, den er einfach noch nicht gefunden hat. Und ich glaube, das ist jetzt kein autobiografisches Lied, aber ein bisschen ist es die Aufgabe von jedem Menschen, sich auf die Suche zu begeben, sein Zuhause zu finden. Das muss jetzt nicht ein Ort sein, das kann auch manchmal ein Mensch sein, das kann auch eine Tätigkeit sein, ein Beruf sein, eine Rolle sein. Und deswegen glaube ich, dass die Trafik des BUFF-Untergäberach mit ganz vielen Leuten resonieren kann, weil sich jeder ein bisschen auf die Suche begeben muss, glaube ich, damit er zu seinem Glück findet. Mehr oder weniger. Manche mehr und manche weniger. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Und der zweite Teil von der Frage, genau, ich weiß nicht, wo das BUFF vorkommt, außer im Titel. Genau, im Titel kommt es vor, die Trafik des BUFF-Untergäberach. Es kommt auch in der ersten Strophe vor. Gegenüber ist auch ein Ort Trafik. Und zwar, heißer weiter, ist auch ein Ort BUFF. Also eine Art BUFF. Schon ein BUFF, so in der Funktionalität. Aber BUFFs schauen nicht überall gleich aus, auf dieser Welt. Und es ist halt nur so ein Ort BUFF. Es ist ein bisschen anders als bei uns. Aber es ist ein Ort BUFF. Da kommt es vor. Und es kommt ganz am Schluss formuliert nur mehr vor, in der allerletzten Strophe. Da heißt es nämlich, wenn ich jetzt Schick brauche, gehe ich einfach über die Straße und ich gehe zweihäuser weiter, wenn ich bin allein. Ich meine, da sage ich nicht BUFF, aber das BUFF ist gemeint. Genauso wie heute davor die Trafik gemeint ist. Und genau. Es kommt also doch ein paar Mal vor, das BUFF. Also nicht nur im Titel, sondern auch zweimal im Lied. Und es ist so einfach ein bisschen eine Stadt beschreiben. Eine Stadt, die jeder vielleicht ein bisschen kennt. Und die es überall auf der Welt gibt. Nächste Frage. Ich verstehe ein Wort nicht in der zweiten Strophe. Die zweite Strophe geht so. Nur ein mehr weiter, nur ein mehr weiter, sind meine Freunde, sind meine Freunde. Zumindest warnst du das, bevor ich mich habe bewegt. Ich habe die Lyrics auch schon als Untertitel in dem YouTube-Video von dem Lied eingefügt und werde es auch in die Videobeschreibung nur einmal zum Nachlesen eingehen. Es sollte demnächst auch auf Spotify und Co. in der App zum Nachlesen sein. Hoffentlich bald. Da, ich habe zwar keine Fragen, freue mich aber trotzdem auf deine Antworten. Vielen Dank. Freut mich auch für die Neugierde bezüglich der Hintergründe von meinem neuen Lied. Freue mich, dass du zuschaufst. Und wo sind deine Freunde geblieben? Und die Freunde sind daheim geblieben. Also bei ihnen zu Hause. Die haben nicht gehen müssen. Die haben sich nicht auf die Suche begeben müssen nach einem zu Hause. Und deswegen hat der Charakter in dem Lied seine Freunde verlassen müssen, weil er gewusst hat, da muss man irgendwas anderes geben. Da muss man irgendwo da draußen, ist meine Heimat sozusagen. Da nur eine Reaktion. Ausdrucksstarker Song. Wow, ausdrucksstarker Song. Gefällt mir echt gut. Vielen Dank. Es soll ein bisschen so die, wie soll ich sagen, die Einsamkeit, die in den Menschen drinnen ist, soll es transportieren, das Lied. Aber es soll auch ein bisschen transportieren, dass der Mensch die Hoffnung noch nicht aufgeben hat, dass er irgendwann einmal seine Heimat findet. Auch wenn er große Zweifel hat manchmal. Also es ist nicht immer so, dass der sich immer ganz hundertprozentig sicher ist, dass er irgendwann einmal seinen Ort und sein daheim findet oder seinen Menschen findet. Aber er gibt die Hoffnung nicht auf. Es kann leicht sein, dass er da verregt, aber er glaubt, irgendwann findet er schon sein daheim. Und er träumt davon, dass er irgendwann das daheim findet. Und solange er noch träumt und solange er die Hoffnung nicht verliert, kann es leicht sein, dass er sein Ziel wirklich erreicht und irgendwann den Platz findet. Und Spoiler übrigens, es gibt Fortsetzungen zu den Lied, die teilweise schon hier draußen sind, die aber irgendwann einmal im Herbst 2023 Sinn ergeben. Und Spoiler, er findet den Ort, der einmal sein daheim sein wird. Aber noch nicht in dem Lied. Aber gut, dass er sich auf die Suche begeben hat. Nächste Reaktion, super Bild, Klatschzeichen und Flammen-Emoji. Ja, das Bild, also das Cover von meinem Lied, ist in Bolivien entstanden 2017, damals wie ich noch ein Haar gehabt habe. Und zwar war das eben in Bolivien und ich war dort drei Monate auf Reisen sozusagen nach meinem Studium mit meiner lieben Freundin, der Miriam, die vielleicht auch das Video schauen wird. Und die hat das Bild von mir gemacht, in Bolivien auf einem Friedhof. Im Hintergrund sieht man die Urnen, sind es Urnen, ich weiß gar nicht, die einbetonierten Gräber eigentlich. Und weil das macht man so in Bolivien, da tut man die Leute so begraben und beerdigen eigentlich. Ist ein ganz cooles Bild geworden und fängt das Ganze eigentlich auch ziemlich gut ein. Erstens einmal bin ich weit weg von daheim. Zweitens einmal ist einfach ein cooles Bild mit dem Hintergrund. Und drittens passt einfach die Trafik, das Buch und der Schriftzug ziemlich gut da rein in das Ganze. Ich habe nur ein zweites Coverbild in engerer Auswahl gehabt, das schaut so aus und ist auch in Bolivien geschossen worden. Habe ich dann aber im Endeffekt dann ganz knapp doch nicht genommen und habe mich dann für das Friedhofslied entschieden. Schön, dass es dir gefällt und ich werde das Lob in Grafikdesigner aussprechen. Der Grafikdesigner bin ich übrigens eh. Und genau, gefällt mir. So, gibt es nur eine Frage? Nein, das war nochmal alles. Ich glaube, das Video ist eh schon lang genug geworden. Ich bedanke mich fürs Fragenstellen in erster Linie. Wie gesagt, stellt ruhig noch weiter Fragen, wenn euch nur etwas einfällt. Macht es weiterhin, hört euch das Lied noch ein paar Mal an. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis bald.